Der Trainer vom SC Krienz hat nicht nur seine Mannschaften so über seine Absichten aufklärt, sondern eben auch noch Gönner und die Anhänger vom Klub. Mal schauen, ob das alles wirklich ausgeht. Jetzt mit dem 8. der Challenge League gegen den 2. Also Challenge League-Label ist garantiert im Halbfinal. Die Horge ist nur Krienz oder Thun. Das ist auch das Duell zwischen zwei besonders ambitionierte Trainern. Mauri gegen Muri. Maurizio Jakobacci gegen Murat. Jakim, das Duell der Trainer. Die Bedingungen im Kleinholz-Stadion waren garstig. Es war ziemlich kalt. Thun mit Glarner. Ein Ballverlust auf holprigem Terrain. Ribeiro mit einem weiten Pass auf Piu. Kein Offside. Pauli Bürki und die Verteidiger Klose im Zand hatten das dann.